... so unterstützen können, denn in der Nacht, im 19. Jahrhundert, ist Kriegsführung kaum möglich. Man kann Feins und Feins schlecht unterscheiden, da sitzen auch die farbenprächtigen Uniformen und die Fahne nicht. Das ist alles nur ein Grau, deswegen hat es normalerweise Nacht in diesen Zeiten auch nicht geklempft. Gleichwohl sind ja aus der früheren Zeit, zumindest in den Gästen, der nächtlichen Anzonen übernommen, sondern in den ganzen Krieg, der hier zum einen, das war so ein Krieg des Nachtwärtsgeschäfts, und da war die der materialischen Waren auch nicht. Und der entscheidende Angelegenheit, der nicht der andere aus der größten Fährte, aus der geschieht ja auch in der Nacht. Wenn es also sagen zu Ende, was wir vorstellen, ist, dass in der Realität auch passiert ist, gibt es heute nicht.